Nein, ihr habt mich gesehen, habt ihr mich gesehen? Nein. Scheiße, ich hab mich gesehen. Ich schlag einen mit der Schmerzhantel weg. Oh mein Gott, nein, die Zombies kommen. Oh mein Gott, nein. Ah, ich hab mein Gesicht, es ist meine Leute vorbei gelaufen. Ah, oh nein. Philipp. Nein. Nein. Ah. Falls ihr mich und den guten Alten der Lava kostlos uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne im Itemshop machen. Nämlich da könnt ihr Standard-Skill-OL als Creator eintragen. Vielen Dank, Freunde, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Dauert genau noch eine Sekunde, also Sachbarkeit, Auge und helft den guten Alarmer. Ja, hallo, ihr Zuschauer, ihr habt euch heute mit einem neuen Video. Und zwar, heute gibt es mal wirklich ein sehr, sehr spezielles Video. Mit dabei ist der Siffel-HTX und der Steel Brief. Uuuuh. Heu, Leute. Was geht ab, Freunde? Heute gibt es eine Special-Episode Länger überleben, und zwar die Schneemann-Episode. Ich würde sagen, Freunde, macht ready. Wir werden die Spielregeln jetzt erklären und ich würde sagen, ab geht's. So, Freunde, wir sind jetzt im Spiel drin, und zwar die Special-Episode wird wie folgt aussehen. Wir müssen natürlich probieren, die Runde zu gewinnen, beziehungsweise bis in Endgame zu kommen. Und wir werden es diesmal so machen, Jungs. Ich würde mal sagen, wir dürfen keine Waffen verwenden. Das Einzige, was wir verwenden dürfen, ist halt Heiltränke und die neuen Schneemänner. Und ich würde mal sagen, 1.000 Euro haben wir gesagt, ne? 1.000 Euro. Digga, 1.000 Euro. Digga, 1.000 Euro. Digga, was für 1.000 Euro? Digga, der Gründer kriegt 3.000 Euro. Ja, aber warte mal, Digga, ist ja voll unfair. Du hast ja einen richtig guten Skill eigentlich gerade, fällt mir gerade auf. Hab ich das alles vergessen? Ja, Bruder, was ist das? Nein, Digga, das ist richtig unfair. Ja, außerdem ist es ja nicht unfair, wenn wir alle die Schneemänner haben, weil wir, das ist ja das Einzige. Wir dürfen heute keinen Porter Rift oder so verwenden, wir dürfen wirklich nur Schneemänner verwenden. Wo landet die, wo landet die hier? Ich gehe Lucky Landing. Ey, was landet die alle hier bei mir irgendwie? Wir sehen uns eh, wo wir hingehen. Ja, eigentlich, erzähl doch. Ja, dann sagst du doch, Digga. Ohne Waffen, nur mit Schneemännern. Ich werde mir so eine richtige Schneemann-Armee zusammenstellen. Boah, das ist aber auch echt krank. Ey, das wäre so krass, überlegt mal, die Schneemänner könnten auch angreifen oder so, ne? Oh, ich habe direkt so schön Heiltränke. Aber der Nebel fuckt schon ein bisschen ab auf Dauer, ne? Ja, muss ich auch sagen. Ja, der ist gerade echt, also ich sehe auch wirklich gerade gar nicht. Alter, bei mir sind drei Kisten. Drei Kisten, Jungs. Oh, oh mein Gott, da gehe ich immer alles zurück, Leute. Ha, die erste Schneemann, der ist noch wie bei mir am Start. Du hast direkt einen Schneemann gefunden? Ja, hier habe ich einen Schneemann. Fünf Stück direkt. Okay, Boombox kann ich diesmal liegen lassen. Ich glaube, hier ist keiner. Ich bin hier in das neue Dorf reingegangen. Ja. Und Bruder, hier ist ja mal gar keiner. Oh, die Zone hier. Ich sage dir, wenn du nachher... Oh, ich habe auch Schneemänner. Ehren Schneemann. Ich sage dir im Endgame, überleg mal, du hast so eine richtige Armee. Boah, dann hast du gewonnen. Stimmt, wir müssen halt echt so viel dann werfen am Ende. Also, Bruder ist eigentlich quasi gegenseitig, aber irgendwie ist das trotzdem dann funny, wenn man einfach so gegenseitig... Bruder, die müssen eine halbe Stunde nur darauf schießen und dann... Ja, genau. ...machen wir Spitzhacke auf die. Wir machen das wieder so? Ja, ich würde sagen, Spitzhacke ist allgemeiner laupt. Guck euch mal die Zone an. Jungs, guck mal, die Zone. Ja, die Zone ist bei mir sogar echt gut am Start. Ach so, ja, du bist scheiße am Start. Ach so, ja, weil... Warte, ich kann... Schau mal bei mir. Fliegen darfst du aber auch nicht, ne? Also, man darf wirklich nur Schneemann. Ja, genau, nur Schneemann. Weil wir können ja so bauen... Und Zombies dürfen wir machen, oder nicht? Ja, Zombies kannst du kaputthauen, aber du wirst ja keine Waffe benutzen. Ja. Aber Tränke, ne? Oh mein Gott, ich habe hier noch ein Getränk. Ja, Tränke wirst du nutzen. Ja, viel auf meinen Nacken. Eben und so auf jeden Fall hier. Zum Beispiel, ich werde das so machen, wenn die Gegner kommen, dann werde ich einfach bauen und dann werde ich ganz viele Schneemann dahin werfen. Weißt du? Ja. Oh, Bruder, ich hätte gerade den Hängegleiter, den Reaktiv, hätte ich auch gerne genutzt, ne? Aber was ist, wenn ich jetzt einfach hier einen normalen Rift nehme, der einfach hier am Start ist? Ja, den kannst du eigentlich Schneem, ja. Ja, okay, Ehre. Schmeckt. Ich finde aber auch komisch, dass es wirklich nur grausen, die Schneemann, und die eigentlich so selten sind, ne? Ja, Todes. Die Farben machen generell, die haben noch nie so einen gemacht, finde ich. Sonst haben sie immer bei so neuen Gegenständen richtig viele rausgehauen, und beim Schneemann sind die irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich sagte, ich habe so viel Heiltränke, das ist krank, ohne Spaß. Ja, ich habe auch jetzt gerade, ja. Ich habe ein Big, das sind drei Minis, aber... Ich habe zwei Slopys, Minis, Is, das, Ananas. Ja, aber wir brauchen einen Metz, Digga. Oh, nicht, hab ich gar nichts Problem. Ich habe noch gar keine Metz gefarmt, ne? Gar nichts. Hast du überhaupt schon Schneemänner? Ja, ja, ich habe drei Stücke, ich habe zwei schon aus der Sinn eingesetzt, ja, ja. Du hast zwei eingesetzt? Echt jetzt, live. Ja, weil ich die ausprobieren wollte, die nochmal funktionieren, weil ich die erst einmal gespielt habe. Ich bin ein richtiger Pro, Digga. Ey, warte mal, ein kleiner Tipp für euch. Wusstet ihr schon, dass man keinen Sturzschaden kassieren kann, wenn man den Schneemann benutzt von ganz oben? Also man kann mit den Schneemann, also wenn du ein Schneemann bist, oder was? Ne, ne, ne. Wenn du zum Beispiel jetzt ganz nach oben baust und dann eine Platte... Ach so, und dann nicht auf die Schneemann stellst. Genau, genau, auf den Schneemann, ja, genau. Ja, das weiß ich, ja. Lolls, wusste ich, ich frage mich zum Beispiel. Ist ja heftig. Bruder, könntest du Skybase bauen, aber das ist mir zu riskant, damit zu bauen. Ja, wollte ich das sagen, genau, genau. Ehrenmann, wenn hier ein Schneemann drin ist. Ja! Oh mein Gott, Bruder. Nein, so ein Lacker, Alter. Das ist wirklich jetzt ne gute Vorteile, wo ich, muss ich sagen, ich hab 10 Schneemänner. Heftig. Das wird nix. Das muss ich sagen, also, ich glaub, wenn ich in der Zone bin, dann werd ich vielleicht einen benutzen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich sag dir, so 20 Schneemänner wär Jackpot. Oh Gott, hier unten sind Gegner. Ach du Scheiße, die bauen die doch ab, die bauen die doch ab. Oh mein Gott, ich hab noch ein Schneehammer, ich hab auch 10 Stück. Digger, ehrenhaft. Ey, ihr habt so Glück. Aber wie viele kann man eigentlich tragen? 10 in einem Plot, oder? Ich weiß gar nicht, Bruder, bei mir sind hier Gegner und die lassen Slöpy uns so liegen, weil die schon genug haben. Oh mein Gott, die sind ja komplett, die haben wahrscheinlich auch eine goldene Skala in einem Fall. Bruder, der ist voll der Noob, Digga, er ist voll der Noob. Nein, er hat mich gesehen, hat er mich gesehen? Nein. Scheiße, ich hab mich gesehen. Nein, 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 nein. Philipp ist jetzt. Er ist aber Noob, er ist aber Noob. Oh mein Gott. Ah, hier ist man wieder auf dem Lift. Er ist ein Noob, er hat mich, er hat mich zwar gesehen, aber er kann nix machen. Weil er einfach unfähig ist. Oh mein Gott. Wände auch interessant. Hä? Das Ding ist, Philipp ist ja bis jetzt der Überlebensmeister, ne? Ja, ich bin der Überlebensmeister, ich hab letztens Runde gewonnen. Eigentlich schon. Gewonnen, also wo ich dabei war. Das Gute ist, wir haben jetzt so einen kleinen Vorteil durch den Nebel. Ey, lass mich in Ruhe, ich gewinne jetzt die Runde, ey. Oh, zack, 2.000 Euro ein. Oh mein Gott, hier ist der Gegner, warte, ich fliege gerade auch weg. Hab den normalen Lift benutzt. Also bist du hier, ja, ne, ja. Nein, 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 hier ist auch noch ein Gegner. Nein, oh mein Gott. Hier ist ein Gegner, lol, der hat, der bugt. Der D-Wild ist die Legs, Bruder, der Gegner hier bei mir. Ich versteck mich einfach hier, nein, mein Kopf ist zu groß, wie mein Kopf. Digga, ich zerprügel den jetzt mit der Schwitzhack, ist mir egal. Bruder, der Typ. Echt, das ist doch so schlecht. Ich schlag ihn mit der Schwitzhack, so weg. Lachen wir nicht. Ja, ich habe ihn. Alles, ob der nichts gecheckt hat. Ehe genommen, Digga, ich. Ich hab ihn auseinandergenommen, er hat nix gecheckt. Der hat Raketen werfen und alles. Das ist krass. Ach, du Scheiße. Und da unten liegen noch... Oha, was liegt hier alles rum? Scheiße, bei mir sind hier viele Gegner. Nein, hier ist ein Portal Rift direkt vor mir. Nein, 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 nicht den Gegner. Warte, Jungs. Oh, nee, moin. Oh, es ist wirklich. Nein, 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 nein. Bruder, bei mir ist vor mir ist richtig viele Gegner, ne? Das probiere ich jetzt, bei mir ist doch nix los. Die fliegen hier mit Flugzeug rum, mach ich richtig ernst. Ich hab Angst, Bruder. Nein, 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 die Zombies machen mich auffällig. Die sind, Digga, anders schlimm gerade. Ich kann nix machen. Ich glaub, ich werde sterben. Das, hör auf. Mach kein Auge. Versteck mich jetzt einfach an so einem Haus hier. Oh, oh, oh. Ey, ihr seid ja komplett lost. Ihr seid ja nicht mal in der Zoo, oder? Lootjob, der ist Lootjob bei mir. Oh, mein Gott. Ich sag dir auch ganz ehrlich, wir sind wirklich lost. Ja, mach halt die gerade gleich. Oh, ich hab mich geschossen mit Slyper. Okay, das war's, Jungs. Du bist tot, oder wie? Nein, du hast riskiert einfach. Oh, ich hab' Medikir. Bruder, hier, Leute, hier ist Portal Rift, ich muss das nehmen, ich muss das nehmen. Ich geb' 500 Euro freiwillig ab, ich muss das Portal Rift in den Spicht holen. Ey, das zählt eigentlich nicht, ne? Ja, das ist echt unfair, Digga. Sag das, oder ich sterbe. 5 Euro abziehen, komm, ist okay, Digga, mach. Ne, ich benutze dich, ich benutze dich. Ich benutze dich, die sind weg. Oh Gott, hier sind so viele Leute, ne? Ich hab' zwei Slurps, ich werd' jetzt warten, bis die Zone kommt, dann werd' ich mit der Zone reinlaufen. Ich spiel' ... Oh mein Gott, die nehmen sich alle auseinander hier. Ach, du Scheiße. Na, gut dabei, ich bin richtig gut dabei, Mann. Och, Mann, ich hab' die Kiste wieder kaputt gemacht von unten. Du glaubst nicht, wie viele Leute hier sind, Jungs. Boah, mir ist richtig wie Battlefield. Oh mein Gott, Digga. Ich hab' aber zwei Slurps-Tränke. Ja, aber du bist, äh, warte mal, aha, wie viel Healmittel hast du noch, Green Life, technisch? Gar nichts, Digga, ich hab' zwei Slurps, aber. Ich bin einfach in der Zone, Leute. Ehre. Ehre, ich glaub' ich werd' gewinnen, Digga, 2k auf meinen Nacken, ja. Obwohl, ich will lieber gar nicht sagen, weil wenn ich das sage, dann warst du wieder komplett. Oh Mann, Alter, bitte. Ey, guck mal, wir haben welche Rift benutzt. Digga. Scheiße. Ich hab' so Angst grad, ne? Ja, aber wenn ich in der Zone bin, was hab' ich denn sonst machen, ey? So, jetzt hab' ich mir den ersten Slurp reingeballert. Der Slurp heilt noch gut gegen, also, der ist ... Ich hab' den zweiten, also, ich soll's in die Zone, soll's eigentlich locker schaffen, ich hab' zu Not auch noch nen Portal Rift reingefuckt. Alle drei leben noch, sehr gut. Nein, nein, die schießen, nein, 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 nein. Ja, das war's mit Stil. Sehr gut. Nein, 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 ich werd' safe sterben. Ich werd' safe sterben. Ja, nice, Bruder. Das hat kommt von deine große Klappe. Nein, 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 nein. Zombies. Karma. Guck mal, ich schaff's locker in die Zone. Warten. Ey, nein, 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 nein. Ich weiß nicht, wer auf mich geschossen hat, aber das Ding ist... Oh nein, komm, Zombie. Das kann ja nur ein Team sein. Ich würd' nur mal sagen, ich hab' schon einen Kill, ne? Stimmt Ehrenmann Noch ein Schlurfer, ehrenhaft Ey, hier ist richtig gefährlich, wo ich bin Ich bin auch bei dir, wir sind da Leute, oder was? Oh mein Gott, ey, Alter Okay, Zone ist nicht mehr so weit weg Ich bin auch immer hier am Start, ich balle auch meine ganzen 10 Schneemänner Ja, ich will hier auch für's wirklich schönes Endgame aufheben Leute, ich hab noch ein Ruck Desqualifiziert, Alter Ach du Scheiße, vor uns wurde dick gebaut Ich bin auch grad so offen eigentlich, obwohl ich trotzdem am Rand bin Voll Okay, so aktiviert man das nochmal Okay, dann geh ich da nicht lang, sehr gut Ach du Scheiße, direkt vor mir sind zwei Leute Direkt vor mir sind zwei Leute Ach du Scheiße Oh mein Gott, bei mir wird geschossen, nein, bitte nicht Oh mein Gott, nein, die Zombies kommen Oh mein Gott, nein Digga, bitte Oh mein Gott Schnappt ihr euch beide einfach mit Lohnen Ja, ja, bitte Lass mich doch einmal gewinnen Nein, 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 nein Ja, mach keinen Chance Du hast doch eh keinen Chance Selvi komm nicht zu mir, Digga Digga, du bist 31er, du kommst zu mir Echt jetzt, 100%? Digga, die jagen ihn Ja, ja, ja Oh ja, ich hab das nicht viel Sehr gut, Digga Mann Verpisser Ich hab dir gesagt, du zieh Schneemann Ich hab's dir gesagt Die sind beide an mir vorbeigelaufen Omega Verpiss Oder bei mir sind so viele Leute, bei mir sind 6, 7 Leute, die kämpf dir alle Oder die Zone kommt auch gerade und da ist eine Kiste und da sind wahrscheinlich wieder 5 weitere Schneemänner, aber ich kann es nicht nehmen Hier sind so viele Leute noch 16, guck mal wie Leute noch leben 16 Oh mein Gott Bro, oh mein Gott, wir sind das Kürmisch-Lobby Ich meine, das ist halt ernst, die törnen sich alle ein Die übertreiben gerade Ich bin auch, ja Ich hab Angst, ich hab Angst Nur mit einem Schneemann Alter Die fighten alle vor, Mann Aber ey, guck mal wie viele Leute leben, das habe ich auch noch nie in meinem Leben gesehen gerade Das ist eine normale Lobby, ne Das ist echt eine normale Lobby Ah, ich bin sogar noch auf dem PC Noch mal ein anderes Ach so, stimmt hier Das sind ja gerade hier alles PC-Spieler Man sagt, es sind Ninja-Tiffy und so gerade alle am Start Oh nein Die Zone ist richtig nah Nein Ja, nochmal Oh mein Gott Ich mach den Schnecken-Modus Digga, ich mach den ausgelistischen Modus Oh mein Gott, ich bin süß Der Steely Ich bin süß Bruder, ich muss versuchen in die nächste Zone zu kommen Oh Bruder, bitte Hilfe Hast du auch schon Schneemann aktiviert? Ich bin einfach nur Mit einem G, glaub ich Oh mein Gott, okay Nein, du bist ja schon in der Zone Alter, du bist ja schon in der Zone Warte, ich muss dann bitte irgendwie am Start sein Ich bin in der Zone, ja Okay, ich muss gar nichts mehr machen Oh mein Gott Alter, Steely hat einen kranken Spot Ich habe jetzt, ich habe gerade noch Einen Kumpel-Schnee-Mann platziert Nein, Kumpel-Blase sagst du, Digga Man kennt sie doch Ich habe jetzt drei Schneemann hier platziert Als Tarnung Ich habe noch fünf Stück Ich habe noch neun Bro, Digga, eigentlich Ey, das gibt's nicht Das nehmen wir da eigentlich viele Leute, muss ich sagen Ja, kann ich auch, ja Nochmal, nochmal Aber ich will die noch mal Bitte, bitte, bitte Nein Oh mein Gott, bei mir Nein Mich hast ruhig Das Ziel schon Dieser Fettsack Nein, 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 nein Oh mein Gott, er ist abgelenkt Er ist abgelenkt Oh mein Gott, ich bin süß Digga, wie Ey, mein Schwanz Auf einer Hobobars Aber man sieht den einfach vom Loks Digga, was macht der hier Auch die Ich habe, oh mein Gott Das beste Versteck der Welt Das beste Versteck der Welt Ich rieche die zwei Ks, Bro Bitte Ich kann mich sogar hier bewegen und tanzen, Digga, hier Nein Oh, dein Dinger ist weg Oh mein Gott Bruder Warte Ich kenne euch das ja gar nicht mal so schlecht Man hat den wahrscheinlich Oh nein Die schießen die auf, Philipp Schießen die Digga, hau ab, Philipp Wenn du hier reinkommst, dann bist du ein 31er Du bist original ein 31er Nein, 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 nein Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Bruder, ich habe gerade noch Schneeweider platziert Ich Ich habe nur noch einen Oh mein Gott, nein Nein, nein, nein Vor mir ist ein Zombie-Spawn Ja, aber wenn du dich nicht bewegst, dann greift sie dich nicht an Echt jetzt? Okay, okay Ja, ja Alter Digga, er bewegt sich Das ist noch bessere Tarnung Ich kann durch mein Schneemann durchgucken Ich höre die alle laufen, Bro Es sind noch sechs Leute ab eben Okay, rip Nein, die haben verkackt Die haben fallen Okay, vorbei Vorbei Das ist nicht prima Ich verstehe es gerade nicht, Digga, ich verstehe es gerade nicht, Digga, wieder first try, dass wir wieder so weit am Start sind Ich verstehe es einfach wieder nicht Das ist nur mit Schneemann und das ist PC-Lobbys Ja, und PC, um so viele Leute leben gerade noch, aber vielleicht haben wir auch Glück und die lassen sich gleich gegenseitig ablenken und wir können dann in die Zone rein Ja, das könnte sein Ja, das könnte sein Ja, das könnte sein Ja, Bruder Ich schaue sie weg Der Bruder hat auch schon mal fast, oh mein Gott, er hat gerade alle Schneemann und zerstört Oh mein Gott, oh mein Gott, bitte nicht Ich glaube es gerade nicht Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, oh mein Gott, das war so krank Alter, Bro, oh nein, das ist nichts, ne Nein, 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 ich hab, warte Steele, das lebt doch nur noch einer Ja, ich hab's geschafft, alter Du holst Aber du hast nichts Hol die Macht schon, mach, er ist im Sturm, er ist im Sturm, Digga Nein, 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 er ist oben, okay, warte Werf alle Schneemann an, werf alle Schneemann an Ja, ja, ja Hier werfen wir die nochmal, hier Ja, 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 mein Gott, auch, auch, auch Komm, Steele Ne, F윽 Nee, er ist da einer betreffend, der hat doch nicht mehr so viel Leben Ohh, wie viel Leben hatte Der, 30, alter scheiter, achsten, der war, jetzt bin ich mir schlecht Der eine geht einfach random obwohl er ist in einem Sturm gestorben und geht einfach und zack die ganze Schneemänner und dann saß ich da auch ganz kurz der gibt es auch was für den ersten der gestorben ist vielleicht nicht Bruder ich glaube wir machen einfach Rewonken nächstes mal der erste Chance es gibt nicht Steal Aber es ist mir egal ich habe letztes Mal gewonnen zwar nicht so viel aber ich habe auch schon gewonnen Digga 2k schmeckt einfach Bruder Jajaja wir machen Rewonken Freunde wenn ihr mehr davon sehen wollt lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da Checkt auf jeden Fall Steal und Server Links unten in der Beschreibung Ich hoffe euch hat es gefallen Hallo Kommt rein Stand dazu Skill ist Ö A入at inf in